Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Build und Minecraft Adventure Map Ähm, ja, direkt mal die Welt starten Da waren wir ja letztes Mal stehen geblieben, an dieser Strandhütte An dem Starthaus Und ich hab einen kleinen Fehler entdeckt Einen ganz kleinen Hier Ganz böse Das ist katastrophal Oh, nochmal, oh Gott Kaum zu glauben Unverzeihlicher Fehler Äh, ja Dieses Mal möchte ich mit euch Darüber sprechen Äh, wie, welche Spiele ich gerne spiele Also, nicht nur PC und Minecraft und so Minecraft ist ja schon mal ziemlich Geil Das würde ich auch nicht let's playen Ähm Ja Minecraft Und so Ja, nee, ich spiele auch noch andere Spiele Ich bin jetzt nicht so der Typ, der die ganze Zeit Ballerspiele spielt Oder sowas Ich bin eher so der Typ von, äh Keine Ahnung Ich bin sehr flexibel, sagen wir's mal so Ja, äh Zum Beispiel, was mein absolutes Lieblingsspiel ist Wo noch nicht mal Minecraft dran gekommen ist Was schon sehr Äh Schwer ist an meinen Kopf dran zu kommen Für mich Äh Ist Super Smash Bros. Brawl Wieso? Weil, ähm Was ich cool finde Nein, äh Das hat einen super Story-Modus Einfach nur geil Super für Multiplayer geeignet Und für Singleplayer-Trittman auch Es gibt genüge Singleplayer-Funktionen und Tolle Multiplayer-Funktionen Und viele Singleplayer-Funktionen kann man auch im Multiplayer spielen Die meisten sogar Äh Ich schätze mal, manche von euch werden das Spiel kennen Und nicht unbedingt gespielt haben, aber kennen bestimmt Weil es nicht bekannt ist Wer es nicht kennt, das ist, äh Ein Prügelspiel, in Anführungsstrichen Ja, ist eigentlich ein Prügelspiel Und man, äh Schlägt Äh Auf Die Anderen Ein Und die bekommen dann Prozente Und je mehr Prozente diese Äh Figuren Diese Spiel Spiel-Dings da Dann haben Äh Desto weiter fliegen die dann weg, wenn man sie schlägt Eigentlich recht cooles Prinzip Und Äh Wenn Also Und das ist Super Smash Bros. Brawl Ist gemacht mit den, äh Mit berühmten Nintendo-Figuren Zum Beispiel Mario Zelda Ähm Wen gibt's noch Link Luigi Samus nicht vergessen Und Ja Es gibt noch ganz viele andere Bei Super Smash Bros. Brawl Gibt's glaube ich irgendwie 30 Charaktere Wenn ich das jetzt richtig geschätzt hab Wenn ich richtig geschätzt hab, ja Ähm Und Finde ich geil Nicht so viele Charaktere Nicht so viele Charaktere Damit man Äh Äh Welches Spiel mag ich denn nicht Welches Spiel mag ich denn nicht So überhaupt nicht Naja Sonst würde ich sie ja nicht spielen Wenn ich sie nicht mag Mögen würde Ähm Wie gesagt Ich mag keine Spiele Wie Äh In denen man Äh Sinnlos rumballert Ohne Story und so Wo Wo das einzige Ziel Ist Es ist Andere umzubringen Das mag ich nicht Weil Es ist sinnlos Wieso Wieso Leute umbringen Ohne Sinn Wieso Ich baue hier grad so ne Mauer Um In so nen Vorgarten oder sowas Unter so ne Mauer drum Und da soll man Irgendwo ein Geheimnis finden können Ich glaub das völlig mit Wasser Das sieht grad so toll aus So La 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 Übrigens noch nicht mal hochgeladen Wenn äh Wenn ich Das hier grad spiele Weil Irgendwie hab ich Probleme Bei mir das Video zu uploaden Weil das immer so ewig dauert Ich versuch jetzt das mit nem Renderprogramm zu machen Hab ich vorher nicht gemacht Ähm Und da dauert das halt so sieben Stunden oder so Und ich komm aus der Schule So So um zwei Uhr Dann Äh Hab ich Bis drei Uhr Hausaufgaben und so n Kram Und lernen Dann ne halbe Stunde Irgendwie was weiß ich Essen oder so Und dann kann ich um halb vier anfangen Den Upload zu starten Und dann Dauert das den ganzen Tag Das ist schon Hammer Der irgendwo hinfällt Ja stimmt Im letzten Part waren die Geräusche zu laut Sorry dafür 15% und 20% Moment mal Ich stell's auf meinem Headset lauter Ja gut so Glaub so ist das Ziemlich erträglich für euch oder Das seh ich ja dann nachher in der Aufnahme Also ich äh Hab das Hab das Video noch nicht mal fertig hochgeladen Das lädt gerade nebenbei hoch Und ist schon bei so 60% oder so Und wir haben gerade 18.25 Und ich hoffe das wird heute noch hochgeladen Weil es gab schon einen Tag kein Video Ich hab keine Lust immer So lang Zu Hause rumzugammeln Ja Huch Falscher Knopf Ähm Oder Falschtaste Ja Und deswegen kann ich noch nicht auf eure Kommentare Darauf eingehen Wenn ihr Da was drunter geschrieben habt Weil ihr solltet ja hier In die Kommentare schreiben Gesprächsthemen und so Kann ich noch nicht drauf eingehen Aber ihr dürft natürlich immer schreiben Auch jetzt noch Ist immer erwünscht Immer erwünscht Ich würde sagen Den Stacht hier Der Der Stacht hier Der startet ganz Simpel Also hier ist ja hier dieses Häuschen Da setze ich mal noch eine Fackel Ist ein bisschen dunkel Da Und da Hell genug Da noch ein Fäckelchen Ähm Ja irgendwo sollte man einen Knopf finden oder so Das müsste Hier würde es jeder drin vermuten Deswegen sollte es so anders sein Wie wäre es zum Beispiel mit Im Haus Ah das kann man leicht sehen Wer guckt nach oben Stimmt Wer guckt nach oben Ha Aber wie soll man das machen Da kann ich keinen Knopf hintun Oder sowas Dann müsste ich die Westernleitung übers Dach fließen lassen Aber das würde dann auch auffallen Oh Keine Ahnung Aber im Haus sollte es schon sein Nur halt irgendwie Dass man Vielleicht sollte man irgendwie hochkommen Treppe Irgendwie hoch Ach Irgendwann muss doch hier sein Das ist doch Ich habe keine Ahnung Ich habe überhaupt keine Ahnung Vielleicht Irgendwas total unauffälliges Dass man vielleicht Eins Ein Cobblestone hier bekommt So Und Den dann Sagen wir mal Hier reinwerfen muss Eine Druckplatte Gut Hopp 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 Fackeln Ne Mist Also mal zubauen über mir Und dann eine Fackel Hier sind wir draußen Ein Bisschen Ein bisschen Redstone Da Da Einfach hier lang Oh das dürfte knapp werden Mit der Länge Dann Redstone Torch Äh Äh So 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 Das Signal ist noch da Das sollte ich ausnutzen Und So 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 Und Wo ist denn das da Dann sollte ich jetzt Langsam runter gehen Langsam runter gehen Ach Komm schon So Da Ist dieses Ding So Jetzt müssen wir nachher noch irgendwie verdecken Mit Redstone habe ich es nicht So Das Eins Zwei Drei Ich hasse jetzt nur Eins Zwei So Ich hoffe das Hält bis hier So Noch eins So Und dann kommt hier noch Irgendwo ein So ein Signalteil hin Und so Damit Das hier Lol Aha Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Ziem Äh Äh Eine Eisentür Eine Eisentür Eine Eisentür bitte Für mich Eine Eisentür Für mich Und So Und dann Wirft man da Jupp Klappt Da was rein Ja Klappt Jetzt noch Das eine Loch da oben Zubauen Keine Ahnung Wieso das da ist Schön Ausleuchten Ne Keine Hölzerung Fackel Sonst kann man Richtig die Tür auf Cheaten So Das müsste jetzt eigentlich gehen Wenn man hier Das dann zubaut Dass man es nicht sieht Hoffe ich Das müsste man ja nicht sehen La 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 Äh Lall La La Äh La 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 So unauffällig Ein kleiner Hügel Einfach nur ein kleines Hügelchen Der macht überhaupt nichts Nein So So Da einfach was drüber Das soll Soll man nicht sehen Nachher So So Rutsch Oder Ja Ach ist das nicht hübsch Du dummes Schaf Du bist das schwachste Schaf Ho 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 Ja So Oh verdammt Ich hab mir vergessen Mich in Skype auszuschalten Wenn mich jetzt einer anruft Äh Augenblick Aua Geht ganz schnell Oh Skype war gar nicht ein Verdammt Jetzt hab ich's angemacht Hilfe Beenden Puh Hat man jetzt voll gehört Und übertrieben laut Stirb Stirb hab ich gesagt Ach ja Ähm Oh der Part ist schon fast wieder zu Ende Oh wow Wow Man kann hier sich leicht Über Ach ist ja egal wenn man darüber geht So 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 Ganz Passabel Ja und das war's auch schon wieder mit diesem Part Ja Und das war's auch schon wieder mit diesem Part Äh Bis dann und hoffentlich bis zum nächsten Mal Ciao ciao